Hi, mein Name ist Thomas. Mein Bruder Simon und ich sind im August 2017 den Rumania Bike Trail in Italien mitgefahren. Das Ganze ist ein Bikepacking Trip und führt durch die Emilia-Romagna nördlich von San Marino. Man startet in Ravenna und wir haben uns für die kürzere von beiden Strecken entschieden. Diese ist 370 Kilometer lang und hat etwa 6500 Höhenmeter. Wir haben eigentlich drei Tage eingeplant, haben aber im Endeffekt vier Tage gebraucht. Wir dachten eigentlich, dass wir schneller sind, aber wegen den hohen Temperaturen von 45 Grad und den netten Menschen, die man so getroffen hat und den schönen Landschaften, die man auch auf sich wirken lassen wollte, haben wir einfach länger gebraucht, als wir vorher geplant haben. Wir haben versucht, früh zu starten wegen der Hitze, mussten aber deswegen auch mittags immer Siesta machen, mehrere Stunden und sind dann aber abends auch ein bisschen in die Dunkelheit hineingefahren, um einfach den Tag auszunutzen. Nachts haben wir uns entweder da draußen hingelegt und unser Tab aufgeschlagen und wir sind aber auch mal von einer netten Familie eingeladen worden zum Barbecue und haben da gepennt. Die größte Herausforderung war auf jeden Fall die Wärme, wobei die Zwangspausen eine willkommene Abwechslung waren und uns mehr oder weniger dazu gezwungen haben, die schöne Landschaft zu genießen. Viele Anstiege hatten es in sich, viele mussten wir auch schieben, wobei auch viele spaßige Abfahrten dabei waren, wo man schon fahrrecht was können musste. Gerade mit einem bepackten Rad war das dann auf jeden Fall eine Herausforderung. Der schnellste auf der langen Route, die 600 Kilometer lang ist, hat 48 Stunden gebraucht, wobei Land und Leute auf jeden Fall dazu einladen, das Ganze ein bisschen langsamer angehen zu lassen. Ich bin ganz froh, dass der Romagna Biketrail für uns kein Rennen war, sondern einfach ein Abenteuer auf dem Rad, was für uns in Erinnerung bleiben wird. Der Event ist auf jeden Fall eine Reise wert und ich bin gespannt, wo uns beide der nächste Trip hinführt. Ich bin ganz froh, dass der Roman der Welt im découvrir, Vielen Dank.